Herzlich Willkommen zur 21. Montagsharmonie. Wir haben heute wieder kein Mikrofon, aber es macht nichts. Es geht um ganz was anderes. Es geht, dass wir immer wieder dastehen und einfach das noch frei aussprechen dürfen, was uns am Herzen liegt. Wir haben sehr viele Dinge zensorisiert, zum Beispiel, es gibt zum Beispiel etwas, was jetzt auf uns zukommt, das ist der RFID-Chip. Da haben wir da beim Büchertisch heute aufliegen, ein RFID-Antigenozid-Vorbeuge-Volksbegehren. Das kann man unterschreiben. Bei einem RFID-Chip, da geht es um das, das sollen wir, so wie Big Brother is watching you, das soll jeder Bürger von der Welt wirklich entweder beim Arm oder auf die Stirn einen Chip reinbekommen und das ist voll in Planung. Und wir sind da voll dagegen, dass das nicht passiert, dass wir nicht mehr überwacht werden können. Und da ist wirklich das Problem, wenn Menschen das nicht annehmen, dann werden die einfach abgegrenzt, genau. Ausgegrenzt. Das ist wichtig. Und was können wir da gehen? Wir können da das Vorbeuge-Volksbegehren unterschreiben, zur Gemeinde gehen. Wirklich, das ist wichtig, dass man was tut, dass man da einen Schritt setzt und einfach die Leute informiert über die Entwicklungen, die so passieren auf der Erde zu den Themen. Wir waren in einer kleinen Zeitung vor ein paar Wochen, die Montagsharmonie. Elisabeth Fuhr, freies Wort auf dem alten Platz. Aktivisten laden jeden Montag zu überparteilichen, zu überparteilichen Gesprächen. Immer wieder montags, die Aktivisten der Montagsharmonie werden nicht müde, sich jeden Montag um 18 Uhr vor der Postsäule auf dem alten Platz zu versammeln. So wie heute, wir werden nicht müde, das ist echt ein Applaus wert, das ist super. Die rittische Gemeinde ist scheinbar auf dem Platz. Und dann ist auch leer im König von Wiener nichts. Stimmt. Jeder darf seine Meinung zu jedem Thema sagen. Überparteilich. Zentraler Punkt ist der Friede, auch der Innere, erklärt Alexander König. Er gehört zur Montagsharmonie, die sich nicht als Verein sieht. Es ist eine Versammlung. Wer etwas beistellen kann, wie Mikroboxen oder Arbeitseinsatz hilft mit. Und so weiter und so fort. Echt super war in einer kleinen Zeitung drin. So positiv. Muss man sagen, das war von Alexander, ein ehemaliger Schulkollege. Und der hat uns dann eingeschrieben. Es ist super, einfach super. Wie schon gesagt, wir treffen uns jede Woche am Montag. Heute haben wir kein Mikrofon, macht gar nichts. Wir sind einfach da. Es geht in der Zeit einfach um das, dass wir gemeinsam was machen, dass wir gemeinsam dastehen. Weil es rollt eine riesen Lawine auf uns zu. Das spürt eh schon jeder. Das merkt jeder. Und wir sind einfach da und wollen noch etwas dagegen tun. Und auch bis zum Schluss noch mit den Leuten reden, was da passiert. Und dass wir wenigstens noch etwas abschwächen können. Oder ganze Krieger etwas aufhalten zu wollen. Das ist ganz wichtig. Genau. Danke für diejenigen, die auch was da ist. Lauter können nicht schreien. Ich hoffe, der drüben hört auch. Wer etwas kommt her zum Büchertisch, informiert es euch. Wir sind Leute, die uns einfach für Gerechtigkeit dastehen. Für einen Frieden, der uns auf die ganze Erde kommen soll. Da wo kein Krieg mehr herrscht. Wo keine Traurigkeit mehr herrscht. Wo jeder jeden gern hat. Das wollen wir. Und für das stehen wir da. Genau. Schönen guten Abend, liebe Damen und Herren. Liebe Gemeinde. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich bin jetzt nicht lange wieder da. Ich habe einmal freigekriegt. Und was ich einfach ansprechen möchte, ist ein bewusster Umgang mit Finanzen. Und ein bewusster Umgang mit Ernährung. Ein bewusster Umgang mit Fernsehen, Medien und solchen Sachen. Also viel, was ich kann erzählen, nicht tun. Aber gemeinsam kann man noch mehr tun. Das sind zum Beispiel Unterschriften. Oder einfach, dass man mit Menschen zusammenkommt und redet. Und als Vorbild dementsprechend auf sein Umfeld wirken. Weil die Menschen, die sind ja, die sind eh schon, die sehen vor lauter Medien und vor lauter Zeitung, Werbung. Da kaufen, kaufen, da konsumieren. Sehen sehr gerne mal drüber aus. Aber da kommt einmal einer, der sowas nicht inhaliert oder konsumiert oder aufnimmt. Und da merken sie, dass der von dem ganzen Tag frei ist. Also als Vorbild zu funktionieren und funktionieren, das lege ich jedem ans Herz, dass er wirklich bewusst wird im Umgang mit sich selber, bewusst wird im Umgang mit den Dingen, die er tut jeden Tag. Und was er sich auch vornimmt, ja, was er sich vornimmt, das hat eine Substanz. Also es gibt Menschen, die sprechen viel und was kommt am Ende des Tages dabei heraus? Ich bin jemand, der spricht nicht sehr viel, aber ich habe eben einen Umgang mit mir selber, einen gepflegten Umgang mit mir selber. Ich schaue, was ich konsumiere, was ich einkauf im Geschäft und was ich auch von meinem Körper zuführe. Das Geld hat eine Kraft. Mit unserem Geld können wir viel Steuern. Nicht nur Steuern abgeben, sondern auch mit unserem Geld viel Steuern. In Form von, wo kaufe ich ein, wem gebe ich mein Geld? Also mir kriegt kein Konzern wie Nestle oder Ferreiro oder sowas. Ein Cent. Da gebe ich nichts. Der soll aussterben. Der soll austrocknen, so eine Konzerne. Super! Wie zipft das jeden Tag an, wenn ich in mein Auto einsteigen muss? Und was? Ich futter die Mineralölindustrie damit. Das mag ich nicht. Aber ich bin abhängig vom Auto, weil ich einfach in die Arbeit fahren muss. Für die Arbeit bin ich sehr dankbar. Wie ich aber arbeite. Wo ich auch frei dabei habe. Wo ich mit Menschen zu tun habe. Wo ich Dinge weitergeben kann. Wo ich auch als Vorbilder arbeiten kann. Und ich will auch nie zum Beispiel in einem Schlachthof arbeiten. Oder noch einmal in einer Fabrik. Eine Fließband oder sowas. Ich bewundere die Hornwerker, die jeden Tag unsere Straßen aufrechterhalten. Unsere Mauern aufbauen. Unsere Möbelzahn bauen. Ich bewundere wirklich. Was wäre, wenn plötzlich auf einmal alle Finanzgeräte, Makler, Versicherungsleute, wenn die auf einmal nicht mehr da wären. Nicht die Leute selber, sondern ein Beruf. Was wäre dann? Dann wären wir alle glücklich und zufrieden. Wir normal weiterleben können. Wird etwas fehlen. Und wir wären alle wahrscheinlich ein Stück freier. Ja. Also, ich versuche so gut es geht Fixkosten zu reduzieren. Sei es eine Unfallversicherung oder irgend sowas. Das ist eine Bewusstseinssache. Ich will da gar nicht zu weit ausholen. Weil es muss jeder für sich selber entscheiden, wie viel Angst er hat. Und wie viel Wert er auf Sicherheit legt. Ich hole meine Sicherheit ganz woanders her. Also, fördern wir doch unsere Bauern, die wirklich das produzieren, was wir zum Leben brauchen. Und fördern wir die Handwerker in der Region. Das wollte eigentlich heute sorgen. Ein bewusster Umgang mit Geld, ein bewusster Umgang mit sich selber und mit den Dingen, die man konsumiert. Weil dann kann man als Vorbild arbeiten und dann spüren die Leute, dass da was dran ist. Nicht nur am Montag hergehen, irgendwas labern und dann am Dienstag weitermachen, heimgehen, trinken, draus schlagen, was auch immer. Ja, schönen guten Abend. Das hat mich jetzt wirklich hochgehoben. Ich habe wirklich gespürt, da kommt Friede in mein Herz. Da spüre ich eine Kraftwirkung in meinem Herzen. Das sieht mir gut. Das ist ein Friede, der mich hochhebt. Nein, nein, nein. Das letzte Mal hat sich einer die Frage gestellt, was ist Friede? Für mich ist auch Friede eine Kraftwirkung, die sich auf Menschen legt, die Menschenherzen auf einen legt und der spürt, hey, da geht es mir gut. Also, da habe ich Friede und da komme ich zur Ruhe und so. Und da bin ich wirklich jetzt zur Ruhe gekommen. Danke für den wunderbaren Worten. Und wir können uns ja gleich probieren, wo nicht zu Friede ist. Zum Beispiel, der Markus hat heute angesprochen, den RFID-Chip. Wer hat Friede, dass jeder Mensch so ein Chip, so ein Machtkontrollsystem, nenne ich das einmal, an der Hand oder an der Stirn angebracht hat. Wer, wen geht es da hoch dabei? Der soll die Hand heben. Hier geht es hoch, wenn wir so etwas anbringen. Also, ein geht es hoch. Also, wenn wir so etwas bei den Menschen anbringen, dann geht es gleich gut. Nein! So, dann geht es weg. Ja, die Sicherheiten will überwacht werden. Also, klar, wenn es da hoch geht, wer da Frieden spürt, habe jeder einen Chip zu bringen. Also, da geht die Aggression hoch. Sorry, Aggression hoch. Nein, das ist der Friede. Der Friede ist mal, dass du wirklich zur Ruhe kommst. Oder merkt, da komme ich ins Haus. Das ist Friede. Also, Tarnaut ist Friede. Ganz einfach. Ganz einfach ist das. Das heißt, so kann man eigentlich, ich sage immer mal, der Friede ist unser König. Und wie führt der König? Der Friede, Fürster oder König, führt einfach in seiner Navigation zu dem Frieden in mein Herz. Das heißt, da spürt jeder Mensch, der nach der Wahrheit zu spürt, da habe ich Frieden, mit dem kann ich mitgehen. Und das ist ein ganz einfaches Navigationssystem. Das kann jedem Tipp folgen. Da muss man nicht studiert sein, gar nicht. Und ich sage, ich fordere euch wieder auf, dass man nach dieser Intuition, nach diesem Frieden im Herzen wieder geht. Und wenn man jemanden reden hört oder jemanden etwas tun hört oder sieht, dass man einfach sagt, da geht es mir gut. Und da geht es mir nicht gut. Da mache ich nicht mit. Oder da bleibe ich lieber fern. Und nach dem kann man sich sehr gut dementsprechend auch das Leben führen lassen. Das ist ein Navigationssystem. Ich sage einmal, ein unfehlbares Navigationssystem. Das ist ein Friedenwert, der intuitiv one-em-paar ist von jedem Menschen. Das wollte ich einfach sagen. Danke. Grüß euch. Heute ist ja schon ziemlich viel gesagt worden über Rockefeller. Also wir haben da wieder eine Familie, über die man ein bisschen herziehen kann. Aber gescheit. Ich kann euch nur so ein paar Zitate vorlesen. Ich habe das jetzt noch ganz kurz vorbereitet. Rockefeller erzählt der Russe über zwei hauptsächliche Gründe, warum die Elite für die Befreiungsbewegung die Geldmittel bereitstellte. Als Befreiungsbewegung nennt er da den Feminismus. Also die feministische Befreiungsdinge, die eben so 1920 abgelaufen sind. Vor der Bewegung haben die Banker eine Hälfte der Bevölkerung nicht besteuern können. Das heißt, mit dem Feminismus ist es so gekommen, dass die Frauen auch arbeiten gegangen sind. Und dadurch sind sie besteuerbar gewesen und kontrollierbar. Im zweiten Teil sind es ihnen ermöglicht er die Kinder in einem frühen Alter in die Schule zu bringen. Damit man sie in die Lage versetzen konnte, sie dahingehend zu indokriminieren. den Staat als hauptsächliche Familie anzunehmen, um das traditionelle Familienmodell zu zerbrechen. Was hast du da für Rockefeller? Ja, ja. So, die weiteren Sachen, die Rockefeller gemacht sind die Quilaterale Kommission. Wie bei meiner Lautstattung. Also das, was ich da so sagte, mit einfach mal tiefer nachdeutschen, dass es wirklich so wahr ist oder einfach unwahr ist. Und was da wirklich dahinter steht. Ich habe da eben einen Plan dahinter. Da geht es da. Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar. Das sind Aussagen, die ich jetzt nicht für oder widerlegen kann. Aber wir haben heute Punkt. Deren Chefredakteure an unserem Treffen in der Vergangenheit teilnahmen, um die Zusage der Vertraulichkeit fast 40 Jahre lang zu respektieren. Es wäre unmöglich für uns gewesen, unsere Pläne für die Welt zu entwickeln, wenn wir all die Jahre im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Nun ist unsere Arbeit jedoch soweit durchdacht und bereit in einer Weltregierung zu münden. Die subrationale Souveränität von Weltbankern und einer intellektuellen Elite ist sicher der nationalen Selbstbestimmung, welche in den letzten Jahrhunderten praktiziert wurde, vorzuziehen. Also, die Elite-Regierung ist vor einer demokratischen und demokratischen Bestimmung vorzuziehen. Das sind Aussagen, so öffentlich, so wie es scheint. Also, ich kann es in lauweis, aber öffentlich getätigt worden sein. Es gibt dann noch ein paar Aussagen von Schildern. Schaut in den Medien. Ja, es ist im Internet. Und dann gibt es noch ein paar Aussagen. Das heißt, die Kongressarbeit verordnet der Lehrerin in McDonalds, 1976. Gedötet in einer koreanischen Fluglinie, welche von den Sowjets runtergeschossen wurden. Der Drang der Rockefellers und ihrer Verbündeten ist es eine Weltregierung, welche Kapitalismus und Kommunismus vereint. Das ist einmal nichts Schlimmes, wenn jetzt das weitergeht. Unter ihrer Kontrolle. Meine ich eine Verschwörung? Ja, das tue ich. Ich bin überzeugt davon, dass so ein Plan existiert. Die lieben Planern es und ihre Absichten sind unkaublich. Kongressabgeordneter. Öffentliche Aussagen. Also, ich wiederhole nur öffentliche Aussagen. Ich habe zwar eigene Meinung, aber das sage ich nicht. Senat Wilhelms Jenner, 1954. Heutzutage kann eine totale Diktaturierung in den USA durch vollkommen legale Mittel erreichen. Das war 1954. Ungesehen und ungehört durch den Kongress, den Präsidenten oder das Volk. Äußerlich haben wir eine konstitutionelle Regierung. Innerlich haben wir unsere Regierung und unser politisches System etwas anderes. Eine andere Form der Regierung. Eine bürokratische Regierung. Eine bürokratische Regierung. Ach so. Ja, dann gibt es halt noch so ein paar zum Zutwiller-Aktralen-Promission. Also, wir können uns einfach mal anschauen, was da wirklich auf geht. Ja, was kann man tun? Kärnten hilft. Kärnten hilft. Es gibt die Kärnten hilft Aktion, die Kärntner Familien in der Not hilft. Und da gibt es am 25.10. eine Veranstaltung in Klagenfurt um 19 Uhr in der Messe Arena. Ja, genau. Also, wenn wer so Geld überhat, dass der Rochgefell hat und die anderen Familien noch nicht Achtwerk fahren, kann man da gerne mithelfen. Am 25.10. Ja, am Donnerstag gibt es unsere Friedenskette. Werden wir nachher nach oben, bitte. Ich freue mich, ob Sie mitmachen. Die Friedenskette am Dresdacher See. Es wird versucht, mit möglichst vielen Menschen unter dem Dresdacher See zu stehen, um eben Friedensbewegung herzuzeigen, um Harmonie herzuzeigen. Wo ist nach Dresdacher See? Dresdacher See ist südlich von Dresdacher. Also, es wird Fahrgemeinschaften geben, hoffentlich. Ich freue mich auf Zillach, wo eben die Menschen, die nicht Auto fahren wollen, dann eben auch da öffentlich, quasi öffentlich mit Fahrgemeinschaften mitmachen. Und da freue ich mich. Genau. Dazu meine Aussage zum Frieden. Der materielle Hintergrund ist ein Hauptproblem des Friedens. Je mehr Dinge, die sowieso vorhanden sind und eigentlich von jedem frei genutzt werden können, ein Wert zugemessen wird. Das heißt, den Elementen, das ist eben Erde, Wind, Wasser und Sonne. Das heißt, sobald das eben in ein kapitalistisches System eingebracht wird, desto ungerechter und unfriedlicher wird es. Jede Hochkultur der Erde, die das schon versucht hat zu machen, also diesen Elementen einen Wert zuzumessen, ist untergegangen. Es gibt eben auch die Vorhersange Nase, dass selbst die Elite es nicht schafft, in den nächsten 50 Jahren zu bestehen. Das heißt, dass unser System, wenn es so weitergeht und weitergemacht wird, untergehen wird. Und sogar die Elite wird nach 20, 30, also nicht sofort, aber nach 20, 30 Folgejahren, weil sie es nicht schaffen, mit den Bevölkerungsreduktionen, das ganze System aufrecht zu halten, werden auch untergehen. Also es ist nicht so, dass die dann überleben können. Super! Das war jetzt schon immer so. Also in allen Hochkulturen ist auch immer die Elite mit untergegangen. Das war kein lebensfähiges System. Wofür ich noch aufrufen will, ist mitmachen bei der Ökodork-Initiative. Ja, Shareconomies, neue Geldsysteme, Tauschpreise, Grundeinkommen, Finden von Geld entkoppelten Grundstücken für Ökodörfer. Es gibt zum Beispiel in Russland die Anastasia-Initiative, wo jede Familie auch Hektar bekommt. Da muss man aber auch noch durchleuchten, was da genau passiert. Das ist nicht wirklich ein markiösisches Gefühl, es nur dahinter aufzummen wird, sondern in welchem System die dann damit umgehen. Es muss noch alles durchleuchtet werden, genau wie das da angeht. Also es ist eine super Sache, dass jede Familie einen Hektar zugewiesen bekommen kann. Aber man muss dann schauen, ob sie dann irgendwelche Pflichtabgaben haben und ob da wieder irgendein anderes System, ein Wundtum, also ein unfair System ist. In der Zeiger geht das ja leichter, wenn man so viel lang... Da hätten wir dann wieder einen Kommunismus-Speich dahinter oder wieder irgendwas, was nicht gut ist. Ja, am 11. Oktober gibt es einen Aktionstag da auf dem alten Platz gegen DT, CETA und die anderen lustigen Verträge. Die Uhrzeit sagt dazu. 10 bis 40 Minuten. Eine Hauptkritik meinerseits ist da, wieso eigentlich keine Öffentlichkeit da mitreden darf. Also Freihandel und so ist vielleicht noch okay, aber die anderen Sachen sind immer so okay. Aber die Hauptkritik ist eben, Öffentlichkeit muss eigentlich bei sowas mitreden dürfen, mitentscheiden dürfen. Und das passiert leider da überhaupt nicht. Das könnte so mit dem Rocketfeder irgendwie zusammenhängen wahrscheinlich. So zufälligerweise. Ja, das sagt man auch. Ja, ich bitte euch, euch an die Hand zu nehmen. Jetzt kommt das offene Mikro zur Friedensharmonie, also zur Montagsharmonie, was jemand versteht unter dem Wort Glück heute. Also das letzte Mal war Frieden und heute ist eben das Wort Glück an der Reihe. Glück, was jemand unter Glück versteht. Darf ich euch da an die Hand nehmen? Schau mal. Schau mal. Schau mal. Und die Hand. Schau mal. Schau mal. Harmonie. Schau mal. Schau mal. Ich habe so was zu sagen. Ja, ja. Die müssen doch mal die Etikette riesen. Glück ist, wenn jeder genug zu essen, zu trinken hat. Ohne viel zu zaubern und das prüft auch schon, ob überhaupt noch was drin ist. Ja, super. Darf ich dir was geben, was uns die Natur geschenkt hat? Ja. Nehmen wir ein Blatt. Danke. Was verstehst du unter Glück? Glück ist für mich, dass wir jetzt gemeinsam zusammenstehen in einer Zeit, wo alles ab und runter geht, wo man einfach wieder Hoffnung hat und wo ich selber eine Freude habe, dass ich weiß, es werde aufwärts gehen mit den Menschen, die was da sind. Super, danke. Darf ich dir auch ein Geschenk der Natur übergeben? Ja, auch das. Ich habe jede Farbe mit. Super, ja. Ist auch brauend. So, bitte, was verstehst du unter Glück? Verdammt, ist das offene Mikro. Das muss ich wissen. Glück ist, Kinder lachen, gestrahlende Augen von Kindern lachen, schreien, doofen, springen und wenn sie das dürfen, vor allem wenn sie das dürfen und das andere Leute auch erfreut. Wenn sie eine Freiheit dazu haben. Ja. Darf ich da auch ein? Danke. Buntes Blatt. Schön. Was verstehst du unter Glück? Glück ist, weil man mit sich selber und mit der Umwelt im Reinen ist. Bravo. Super. Danke. Fertig bin ich schon. Bitte einen Platz. Ciao. Na, da fragen Sie jetzt etwas, da muss ich noch ein bisschen länger nachdenken. Über das Glück. Ebenfalls, Glück kann man sich ja nicht kaufen. Stimmt. Glück muss in der Seele, im Herzen entstehen. Das heißt, man muss Menschen in sich haben, die auch glücklich sind. Ja. Aber wie soll ich mir Glück einreden? Zufrieden. 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 Man muss einfach, denke ich einmal, im Leben mit beiden Füßen stehen, irgendetwas erreichen, was man sich ersehnt hat, dann kann man glücklich sein. Super. Ich weiß nicht, ob das jetzt gestimmt hat. Ja, das ist einfach nur, was das Herz sagt. Fünfer setzen. Danke. Ja, danke. Danke. Ja, genau. Kommt ihr an. Glück ist für mich die Folge eines Lebens, das mit Sinn geführt wird. Danke. Auch ein guter. Das wird jetzt nicht Glück sein. Was sind deine Gedanken, beispielsweise dein Herz über Glück? Über Glück? Über Glück freue ich mich sehr. Glück ist etwas, was man als kreativer, schöpferischer Mensch selbst schaffen kann. Ja. Glück, hat man nicht zufällig Glück, macht man sich auch. Glück ist die Abwesenheit von Unfrieden, von Hass, von Spaltung, von Neid. Glück ist die Erfüllung mit Leben. Danke schön. Danke schön. Danke. Jetzt habe ich dir ein glückliches Blatt. Du hast Glück jetzt nicht dazu. Bitte. Ja, danke. Danke. Ja, für mich ist Glück, bedeutet Glück, wenn andere Menschen, wenn es anderen Menschen besser geht wie mir. Das heißt, das ist für mich dann viel möglich Glück. Auf allen Ebenen, geistig, körperlich, seelisch ist, das ist für mich Glück. Da fühle ich mich wirklich glücklich und da spüre ich, da geht es mir wirklich gut. Also mit Glück. Okay, danke. Also, bitte. Ja. Weil ich glaube, wir sind alle. Das war's ja. Danke. Ich habe genug Blätter. Also die Matur hat so viel runterblätter. So viel bunte Blätter. Deine Herzens-Mailung über Glück. Bitte. Mein größtes Glück, das war mein Partner. Kundenhaft. Das ist Gnade, wenn man das Gnade erfahren darf, das Beziel untereinander, zueinander, das ist Glück. Und wirklich lebendiger Beziehung am Tag. Und so sein darf, wie man ist. Schön. Ja. Danke. Ich bitte auch ein Punkt. Da darf ich noch was dazu sagen. Danke, gerne. Du hast auch Glück, wenn meine liebe Frau jeden Tag in den Augen, wenn ich jemanden darf und immer wieder erkennen darf und wundervoll sein darf. Das ist schön, es ist glücklich, dem Glück zuzusehen. Genau, ja. Den Glück in die Augen zu sehen. Den Glück in die Augen, in vier Augen zu sehen. Schön, danke. So, bitte, sei der Glück aus dein Herz hier. Ich schütte dein Herz über Glück. Ja, nein, ich bin der Meinung nach, Glück ist, glaube ich, ein Stück tiefes Entblinken, aber es gibt sehr schöne Momente, glaube ich, wo man das Glück nicht erfahren kann, zum Beispiel, wenn das Leben auf die Welt kommt und alles Leben entsteht. Das haben wir heute schon gehört. Und ja, ich glaube, das größte Glück ist, wenn man im Laufe seines Lebens die Möglichkeit bekommt, lernen, Mensch zu sein. Das heißt, im Endeffekt wieder zurückzufinden, mit allen Lebewesen zurück in die Natur. Das fehlt leider auf dem Planeten sehr, sehr stark. Ja, und natürlich das kleine persönliche Glück, einfach, wenn ich einen netten Partner finde, mit dem ich eine gute Chemie habe, mit dem ich toll leben kann und wo dann auch Babys entstehen können. Eine tolle Familie, einen tollen Freundeskreis und die Menschen wie du und ich, die man da auch bei der Montagsharmonie immer wieder trifft, ja, und ganz am Anfang ausgeglichen ist und der schlechten Energie keine Nahrung gibt. Super. Danke. Danke dir auch. Na klar, unbedingt. Ein Glücksblatt. Es wurde bereits aus dem Herzen gesprochen und was die noch dazu beipflichten möchte, von meiner Warte aus ist Glück für mich, Gesundheit und Frieden für diese Welt. Glück ist einfach nur das Wort. Und alles andere, wenn ein Mensch gesund ist und die Welt friedlich ist, kommt von selber. Dann kann das Glück gar nicht wegbleiben. Ja. Das ist meine Meinung. Gut. Danke schön. Ein Platz. Jawohl. Danke schön. Hallo. Deine... Deine Aussage, deine Herzens Aussage über Glück, was verstehst du unter Glück? Oder was fühlst du über Glück? Was machen wir mit einem Verstand ein bisschen weg? Ähm, wenn ich nicht selber mitfüllen zu kann, dass ein paar Städteile muss man eine Sachen brauchen. Ich hätte zu viel, was ich kann, kann ich bewahren, weil ich die Erde. Jetzt schließt mir in der Schweizerzeit einen Fluggerweg, damit die Kinder gar nicht verzammelt werden. Wo kriegst du denn? Ich habe verzammelt mich. Wenn du durch den dritten Verzammeln möchtest du gerne in die Blattungsmasche breiten. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Danke. Danke. Da habe ich deinen Blatt gegeben. Ich kriege das Glück. Ich kriege das Glück. Ich kriege das Glück. Das ist das Mikrofon. Glück ist, sich auszusuchen, selbst auszusuchen, woran man sich bindet. Glück ist besser für etwas gestorben, als für nichts gelebt. Ich kriege das Glück. Ich kriege das Glück. Ich kriege das Glück. Zu vielen anderen Sachen, was ich jetzt gesagt habe. Darf ich dir auch ein Blatt geben? Du kannst noch zwei haben. Was ist Glück? Natürlich Frieden auf Erden und Nahrung für alle. Und am besten Anastasialandsitze für jeden. Ein Hektar Land, wo die Familien wieder glücklich von alt bis jung und bis zu den Babys zusammenleben können. Das wünsche ich mir auch. Und das unzählige Geldwirtschaftssystem, dass das endlich stürzt. Danke, Herr Franz Hörmann. Danke, Havi Friedmann und all den anderen. Wie geht das? Liebe Leute, ganz kurz. Hier wäre eine laute Sorge an. Noch mal zur Ankündigung. Erstens. Am 11. Oktober ist ja diese TTIP-Veranstaltung. Dazu können wir auch Werbung machen. Wir können dort Werbung machen für uns. Und zweitens. Diesen Samstag, ab 15 Uhr, gebe ich einen Workshop. Der Workshop heißt auf Facebook Sprach-Lösungs-Montagsharmonie. Oder Sprach-Harmonie-Montagsharmonie. Und da wird es einfach darum geben, um Kommunikation. Es wird darum geben, wie wir die Konflikte und, ich sage mal, die Reliktationserscheinungen, die es so gibt bei den Frischinger-Harmonien. Wie wir uns da aufdrücken können, was wir dann tun können. Und positiv. Und wie wir einfach so wieder mal aufgeben werden. Ja, genau. Das ist es schon. Das ist wahnsinnig auswendig. Auf Facebook. Wenn man rauszuschauen, ist nochmal live. Und zwar, einfach auf Facebook heißt das Event Sprach-Harmonie-Montagsharmonie. Also einfach Montagsharmonie, wenn du da eingibst, dann bist du das Hindertest. Und dann mit Sprach-Lösungs-Montagsharmonie. Genau, es ist hier in Klagenfurt. Es ist irgendwo da. Der Raum wird von der Michi gestellt. Großes Dankeschön an die Michi. Und gute Gesundheit an die Michi. Genau. Ich hoffe es wird wieder. Bis bald. Das ist im Krankenhaus. Ja, liebe Freunde. Ich begrüße euch wieder bei der Montagsharmonie. Auch von meiner Seite. Ich habe mir auch Gedanken gemacht darüber. Und das möchte ich auch weiterführen bei den nächsten Harmonien. So ein Wochenpanorama. Sowohl regionale Geschehnisse als auch internationale Geschehnisse. Und ich beginne natürlich bei der Regionalität. Das sollte unser Anliegen sein. Ja. Was bewegt die Menschen in Klagenfurt momentan? Die Politik hat vor, eine neue Eishalle zu bauen. Also da werden wieder sehr viele Millionen den Bach runtergehen, sage ich es einmal. Und zwar die Eishalle soll bestehen aus zwei Modulen. Gesamtkosten 34 Millionen Euro. Sieben Millionen alleine für die sanitären Einrichtungen und für den Kabinentrakt und so weiter. Die restlichen 27 Millionen dann für den kompletten Neubau. Es bleibt nur die Eisfläche bestehen. Aber es gibt noch einen Punkt höher. Denn der Bürgermeister von Börtschach, der möchte ja eine Seilbahn bis zum Pyramidenkogel spannen. Ja. Möchte gar nicht wissen, was das alles kostet. Und was man da alles um dieses Geld viel vernünftigere Dinge machen könnte. Wir haben in Klagenfurt ein großes Problem mit der Straßenbeleuchtung. Und viele Menschen beschweren sich darüber. Für solche Dinge ist dann kein Geld vorhanden. Da läuten bei mir ein bisschen die Alarmglocken. Wir haben auch in der Innenstadt, ich glaube Klagenfurt ist eine der Bundeshauptstädte, wo die meisten Geschäftslokale leer stehen. Und da sind wir beim nächsten großen Punkt. Die Mieten. Die Mieten in Klagenfurt werden immer höher. Aber nicht nur in Klagenfurt, sondern auch in gesamten Österreich. Und da lassen wir lieber die Geschäftslokale leer stehen, als dass man ein bisschen mit der Miete runter geht, dass Klein- und Mittelbetriebe sich wieder ansiedeln können. Das ist heute ganz einfach für nicht richtig. Da gehört mehr wieder für die kleinen Leute gemacht. Ich habe es nachrecherchiert, alleine im Vorjahr gab es in Klagenfurt 132 Räumungen, von denen laut Politik nur 19 auch durchgeführt wurden. Und es wird damit argumentiert, dass keine Wohnflächen vorhanden sind, wenn ich mich so umschaue in Klagenfurt, wo überall gebaut wird, dann kann ich denen keinen Glauben schenken. Es ist, glaube ich, nur eine Frage des Preises. Und es kann sich nicht jeder eine Wohnung, eine Eigentumswohnung in 180.000 Euro leisten. Das muss jedem klar sein. Also wir haben in Weidmannsdorf eine riesen Anlage, die gebaut wurde, das Ruhr-Aberneum. Da findet man Wohnungen in dieser Größenordnung und das kann sich natürlich nicht jedermann leisten. Also da wird es wieder so sein, dass sich manche richten können und für den kleinen Mann bleibt nichts übrig. Da ist meine Kritik auch an die Stadtpolitik. Wie schaut es mit der Arbeitsplatzsituation in Kärnten aus oder überhaupt in Österreich? Sehr triste. Es gab alleine bis zum jetzigen, heutigen Datum 289 Pleiten. Das ist ganz schön viel. Ihr habt es vielleicht in den Nachrichten gehört. Holland Blumenmarkt ist eine dieser Firmen, die es erwischt hat. Aber auch viele kleine und Mittelbetriebe aus ganz Österreich, die ganz einfach nicht mehr können, die Konkurs anmelden mussten und die meisten davon mussten auch ihre Mitarbeiter einfach entlassen. Es gibt von Seiten der AK einen Vorschlag von Günter Goach, dem Präsidenten, der meint, lohnt er mit der Lohnsteuer? Das wäre eine Initiative, die ich befürworten würde. Denn Arbeit ist in Österreich viel zu hoch besteuert. Die Menschen, die arbeiten gehen und fleißig sind, denen bleibt netto nichts vom Brutto. Und dann geht es sich halt nicht mehr aus, dass man die Miete bezahlen kann. Viele Leute brauchen auch ein Auto. Viele Leute leben nicht im Luxus, so wie es immer propagiert wird, sondern die brauchen ganz einfach ein Fortbewegungsmittel, weil der Arbeitsplatz weit weg ist und so weiter. Viele Menschen haben auch eine Familie, einen Ehepartner und Kinder. Und da gehen sich viele Dinge einfach nicht mehr aus und das muss wieder möglich sein. Wir sprechen in Österreich auch immer oder hören von Seiten der Politik, ja es wird eine Steuerreform geben. Ich halte Reformen generell nicht für das passende Instrument, weil da knetet man wieder an einer Form herum, also eine Reform. Es muss komplett etwas Neues auf den Tisch, das alle Menschen einbeziehen, egal was sie arbeiten, egal welchen Glauben sie haben. Und das muss ein System sein, wo es dann auch keine Ungerechtigkeit mehr gibt und da fällt mir wieder das bedingungslose Grundeinkommen ein. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre eine Möglichkeit, jedem Menschen ein Grundeinkommen zu ermöglichen, mit dem er auch auskommen kann. Das heißt, er kann dann seine Miete bezahlen, er kann dann sein Auto finanzieren. Nicht für den großen Luxus und das geht es nicht, aber es muss ein Einkommen geben, mit dem jeder auskommen kann. Wir haben gerade die netten Burschen gesehen vom Bundesheer, das Bundesheer wird auch kaputt gespart. Wir brauchen natürlich keine Waffen, ich bin gegen Waffen, aber das Bundesheer hat bis jetzt sehr gute Dienste geleistet im Katastrophenschutz. Auch das geht den Bach hinunter. Der Politik zufolge sollen hier 1400 Posten eingespart werden, natürlich nicht mehr nachbesetzt. Was macht man mit diesen 1400 Menschen? Okay, die Generäle werden halbiert. Darüber kann man diskutieren, ob wir überhaupt Generäle brauchen, ob wir überhaupt den Militär brauchen, in dieser Weise, um vielleicht in einen Krieg zu müssen, wenn es soweit ist. Ich sage nein. Wir haben Geld, um Eurofighter zu warten, die kaputt sind. Wir haben in Tirol jetzt eine Episode erlebt vom Eurofighter, da musste Not landen und die sind nachweislich kaputt. Warum verkauft man die nicht auch? Okay, es gibt auch ein Positiv, es werden schwere Waffen verkauft, die brauchen wir wirklich nicht mehr. Aber ich würde die Politik hier bitten, unterschätzt das Bundesheer nicht, wenn es um Katastrophenschutz geht. Das Bundesheer war im Einsatz bei Überschwemmungen, bei anderen Naturkatastrophen. Diese Leute können das, die haben Spezialisten. Es gibt übrigens in Kärnten auch keinen Bundesheerhubschrauber mehr in Zukunft. Was machen wir, wenn wir hier Hubschrauber brauchen? Da müssen sie von den Nachbarn Bundesländern kommen und das finde ich schlecht. Also da hat die Politik es sich wieder zu leicht gemacht, sage ich. Ja, die Steuerreform habe ich gerade angesprochen und da vielleicht einen kleinen Auszug vom Rechnungshof. Laut Rechnungshof, und das ist keine Zahl, die ich jetzt irgendwo her habe, sondern das sagt der Rechnungshof, gibt es exakt 599 Möglichkeiten, wie man einsparen kann, ohne dass der Steuerzahler daran Schaden nimmt. Ein paar Beispiele, zum Beispiel bei den viel gerühmten Förderungen. Man könnte doch eine zentrale Datenbank ermöglichen, wo wirklich diese Förderungen nachvollziehbar sind. Es gibt in Österreich Gesetze, die jedermann eine Förderung garantieren, aber ob das die Leute dann auch wirklich so bekommen, da steht auf einem anderen Blatt und da wären Einsparpotenziale von bis zu 1,5 Milliarden Euro möglich. Das gleiche beim Gesundheitssystem in den Spitälern. Wir haben einen irrsinnig großen Verwaltungsapparat und leiden tun eigentlich die Patienten herunter, also wieder der kleine Mann. Und mit einer Umschicht und beziehungsweise Einsparung von gewissen Maßnahmen könnte man 2,9 Milliarden Euro locker machen, die man dann den Patienten wieder zugute bringt. Ein drittes Beispiel, die Pensionen. Ich habe heute schon mit zwei Herrschaften gesprochen über Pensionen. Es geht nicht darum, Menschen etwas wegzunehmen hier, nein. Sondern der Rechnungshof sagt, es wäre ein Sparpotenzial bei den Pensionen in der Art und Weise von 476 Millionen Euro möglich, wie das. Ganz einfach, indem man es umverteilt, indem man Gerechtigkeit herstellt. Denn es gibt in Österreich Menschen, die haben zu viel zum Sterben und es gibt sehr viele Menschen, die haben zu wenig zum Leben. Und diese Schieflage, die muss man in den Griff bekommen. Dann kann man auch erwarten, dass sich die Menschen annähern, dass die Menschen einen Schulterschluss finden. Weil es grassiert sehr viel Neid, es grassiert sehr viel Hass und das muss nicht so sein. Und es hängt immer wieder am Geld. Das Geld trennt die Menschen. Es ist so, leider. Ja, ein großes Thema auch die Flüchtlinge. Auch darüber habe ich heute schon mit jemandem gesprochen. Was ist mit den Flüchtlingen? Bürgermeister Häupl in Wien meint, die Wiener sind nicht die Deppen der Nation, damit sie alles aufnehmen. Niemand ist ein Depp der Nation, denn das sind Menschen, über die wir hier sprechen und die soll man nicht wie Schweine von einem Platz zum anderen schicken, sondern man soll endlich einmal konstruktive Lösungen auf den Tisch bringen. Diese Menschen haben das nicht verdient, so behandelt zu werden. Ich höre auch immer wieder Kritik natürlich. Es gibt Menschen, die ein System ausnutzen wollen. Ich spreche da die Wirtschaftsflüchtlinge an, aber die sind nicht in der Mehrheit. Wenn Menschen von ihren Häusern in ihrer Heimat vertrieben werden, weil Bomben und Granaten dort fliegen, dann muss ich sagen, ich verstehe sie, ich würde es auch tun. Ich würde hier nicht in Österreich bleiben, wenn hier Bomben und Granaten fallen würden. Bei wem soll ich verteidigen? Die Politiker Österreichs, die uns jetzt nicht helfen? Bitte komm her, du kannst gerne raufkommen. Das ist schon meine Frage. Wer ist dafür verantwortlich, dass irgendwo die Bomben fallen, dass irgendwo Krieg ist? Wir alle sind verantwortlich. Wir alle sind verantwortlich. Wir alle sind deswegen verantwortlich, weil wir es zulassen, dass Waffen in die Kriegsgebiete zum Beispiel geliefert werden. Mit unserem Konsumverhalten könnten wir einiges ändern. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo jeder für sich selber etwas ändern kann. Und das muss man immer wieder ansprechen. Es kann sich hier keiner aus der Schuld nehmen und sagen, das geht mich alles nichts an. Wenn wir schon an dem festen Platz stehen, hat es uns gerade schon mit angepackt. Dann da, wo der Herr Kaiser drin sitzt. Ich weiß nicht, wo der jetzt ist bei euch. Wir haben den Herrn Kaiser in der Landesregierung sitzen. Wir haben schon sehr viele Versuche gemacht, die Politik auf Augenhöhe zu bringen. Aber ich habe es mir abgewöhnt, die Politik um etwas zu bitten. Wir müssen etwas tun. Wenn wir... Wenn wir... Du sprichst gerade die Wähler an. Was ist mit den Menschen, die nicht wählen gehen? Aus welchem Grund auch immer. Die diesem System die Energie entziehen dadurch. Diese Stimmen fallen unter den Tisch. Dann sollen die ganzen Wähler mal draufstehen und mit rauskommen auf die Straße. Das ist schon ein Kreuz gemacht. Diese Leute würden eine Plattform brauchen. Und wir sind hier eine Plattform. Wir würden uns freuen darüber. Natürlich. Selbstverständlich. Wenn die Menschen, die nicht wählen gehen, du hast vollkommen recht. Diese Stimmen sind verloren. Und dann freut sich natürlich der Erste mit den meisten Stimmen in der Politik. Jetzt muss ich mal sagen, das finde ich überhaupt nicht. Weil letzten Montag kommen wir da ein Zitat gehört. Wenn Wahlen etwas verändern würden, dann wären sie schon lange abgeschafft. Also ich verzichte gerne darauf zu wählen. Ich gehe zur Wahlurne und schreibe meinen Prust auf diesen Zettel. Und schreibe ihn ein und weiß, dass das niemand lesen wird. Alles klar. Aber das ist... Ich habe niemanden gewählt. Also bin ich KWler. Egal wie, egal was. Es geht darum, die Menschen... Es bringt nichts, da zu stehen und sich aufzuregen. Das Einzige, was wirklich was bringt, ist daran vorbei zu arbeiten. Ich war auch nicht wählen. Weil, was bin ich? Ich bin kein Politiker. Deswegen stehe ich genau da, vor der Pestsäule. Und nicht irgendwo da drin im Landtag. Da drin bin ich Hessens Elektriker. Die Menschen, die wählen gehen, darf man natürlich auch nicht verdauen. Weil die sind der Meinung, dass sie das Richtige tun. Genauso wie ich der Meinung bin, dass es wählen jetzt nicht wirklich einen Sinn hat. Ich habe früher auch gewählt. Das sage ich ganz offen. Ich habe früher Fleisch gegessen und bin jetzt Vegetarier. Man kann sich verändern. Das muss man aber wollen. Und wenn man es im eigenen, kleinen Bereich schafft, kleine Veränderungen herbeizuführen, dann kann man allerlang natürlich auch offen darauf, dass sich in der Größe etwas verändert. Aber dein Einwand ist natürlich richtig. Die Menschen in der Politik sitzen nicht dort, wo sie jetzt eingezogen sind, sondern weil sie gewählt wurden. Und wir wollen ja auch immer wieder aufzeigen, was falsch läuft. Und das muss man der Politik natürlich sagen. Das ist die Grundlage von der Demokratie. Das ist doch Marketing. Genauso wie Nestle für seinen scheiß Instant-Coffee Werbung macht, für den in Afrika wieder verduscht. Genau auf der gleichen Grundlage funktioniert die Demokratie. Weil da geht es nur um Werbung und Sympathie. Da wird so viel globen wie auf einen Doktor auf die Tür. Das ist ja richtig. Es gibt verschiedene Arten der Demokratie. Die richtige Demokratie, wo wirklich Menschen da sagen dürfen, was sie wollen. Wo Menschen auch sein dürfen, wie sie wollen. Und es gibt die Demokratie, die vorgespielt wird. Du hast das selber gerade gesagt. Aber gut sei Dank dürfen wir es da noch. Wir dürfen es heute noch. Und also sollten wir heute von dem Recht Gebrauch machen. Ja, das machen wir. Und ich bin sehr dankbar, auch dir bin ich dankbar. Weil es ist schön, miteinander zu sprechen. Und nicht, dass hier einer steht und seine Sache sagt. Und das ist die oberste Prämisse. Sondern ich bin sehr dankbar, dass sie auch eingeschaltet haben. Ich würde mir das auch verwünschen. Sehr gut. Ich möchte zur Demokratie mit ganz kurz reden. Wenn hier die Rede von Demokratie ist, in der Legislaturperiode, mag sein fünf oder sechs Jahre, wie lange die Legislaturperiode dauert, ist nur einen Tag Demokratie. Der Tag, wo der Bürger hingeht und das Kreuz machen darf. Danach ist keine Demokratie mehr. Dann hast du überhaupt keine Mitsprache mehr. Und das ist ja verrückt. Das ist richtig. Ich gehe schon nach, nicht so vor. Weil ich nicht noch tümmere wählen, tue, wie ich selber bin. Ich gehe schon nach, wie ich dazu bin. Das ist ja meine Sache. Ich glaube, da darf ich auch an deinem Wort sprechen, wenn wir nicht eh über das schon einmal diskutiert haben. Was heißt denn Partei eigentlich? Warum gibt es Partei? Damit das Volk aufgesplittert wird in kleine Gruppen. Damit sie gegeneinander arbeiten. Damit das Volk nicht so stark wird. Deswegen gibt es Parteien. Wir haben ja in Kärnten gerade die Zerbröselung der Politik. Man braucht es sich nur anschauen bei der FPÖ, was da los ist. Aber ich will da jetzt nicht eine Partei herausgreifen. Es ist generell ein großes Problem, die Politik in Österreich, weil sie sehr viel verschleiert, den Menschen nicht die Wahrheit sagt. Und da sind wir in Österreich auch nicht alleine. Das ist überall in Europa so. Ich wollte weiter auf die vorige Woche eingehen. Und zwar gab es einen großen Bericht über das neue Islamgesetz. Da sind wir auch wieder bei einer Thematik, die ganz heiß ist. Was steht in diesem neuen Islamgesetz? Im neuen Islamgesetz steht zum Beispiel drinnen, dass die Finanzierung von Bauten, die dem islamischen Glauben dienen, sollen hier in Österreich nicht mehr aus ausländischer Hand finanziert werden dürfen. Da steht auch drinnen, dass die Lehre und der Glaubensinhalt verpflichtend in Deutsch zugänglich gemacht werden müssen. Und ferner gibt es die Entscheidung, dass zukünftig muslimisch glaubige Menschen ihre Feiertage zugesprochen bekommen, aber sie müssen arbeiten, sie haben nicht frei. Jetzt kann man natürlich sprechen darüber und diskutieren. Ich würde euch bitten, eure Meinung dazu zu sagen. Was haltet ihr von diesem Islamgesetz? Hat jemand eine Idee? Beschissen. Warum ist es beschissen? Weil es wahrscheinlich nicht gerecht ist, oder? Wer würde denn auf die Idee kommen, für die katholische Kirche so etwas zu verfügen? Dass man sagt, jetzt müssen sich Österreichs Kirchen von Österreichs an finanzieren. Ich sage einmal, grundsätzlich finden die Kirchen so viel. Aber wenn man schon solche Gesetze macht, dann gleiches Recht für alle, oder? Ja, mit dir nicht, oder? Ja, wollen wir im Muezzin wirklich haben doch? Nein. Ein bisschen nein. Ist mir scheiße gehalten. Wir müssen Muezzin lieber als Politiker, die was wir ein Leben lang anleben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann ja die Menschen fragen. Es geht ja darum, die Gleichstellung. Es wird überall von Gleichstellung gesprochen. Auf der einen Seite sagen wir ja, weil du uns in den Kram hineinpasst, darfst du, und weil du uns nicht in den Kram hineinpasst, weil du zufällig ein Muslim bist, dann darfst du das nicht. Und so darf es nicht sein. Aber jetzt hörst du schon eine absolute Inländerfeindlichkeit. Das ist ja nur mehr Hetze gegen Inländer. Überhaupt nützt sie das. Ich habe etwas gegen Menschen, die in irgendeine Richtung hetzen. Ganz egal in welchen. Wenn zu viel Vermischung ist von Kulturen und Religion, dann bringt das nichts Gutes. Dann kann nur durch ein Land herauskommen. Also ich habe kein Problem mit irgendetwas. Ich kann mit einem Muslimen genauso sprechen. Ich kann mit einem Muslimen genauso sprechen wie mit einem Juden. Es ist ganz egal. Ich empfehle Ihnen einmal eine Bruch, und zwar Schiffbruch mit einem Tiger. Da geht es um einen Moslem, Christ. Es geht hier darum, auch zu deeskalieren. Und diese Sachen nicht salonfähig zu machen. Weil wir haben in Österreich auch ein Problem mit dem Rassismus. Ich sage das ganz deutlich. Da ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Ein Feindbild. Der Polizist. Das muss ja nicht sein. Der macht seinen Dienst genauso wie jeder andere. Also die Menschen sollen zusammenkommen. Und da darf es keinen Unterschied machen, an was er glaubt. Welche Hautfarbe er hat. Und aus welchem Land er kommt. Komm rauf, Ingrid. Das war ja schon gewollt. Das wollte diese Völkervermischung. Eine afrikanische, rassische, rassische, rassische. Nun gut. So ein heißes Thema habe ich mir schon gedacht, dass man dann nicht an einem Tag zu einem Konsens kommt. Es gibt auch ein neues Verbot für Terror-Symbole. Das halte ich für sehr gut. Vorwiegend Terror-Symbole auch des islamischen Staates. Die sind hier angesprochen. Und von der Al-Qaida natürlich. Also diesem Verbot kann ich was abgewinnen. Wie gesagt, über die Flüchtlings-Sympathik. Da gibt es natürlich immer sehr viele gegensätzliche Meinungen. Und wie gesagt, wir gehen ja nachher wieder diskutieren ins August hin. Vielleicht können wir heute etwas drüber sprechen. Ja. Es geht weiter mit der Politik. Ich habe es gerade angesprochen. In Kärnten. In fünf Monaten, glaube ich, ist die Gemeinderatswahl. Und es geht runter und drüber bei uns in der Stadtpolitik. Ja, man kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Vizebürgermeister ist zurückgetreten, Herr Gunzer. Man muss das alles beobachten natürlich, was da jetzt nachkommt. Es wäre halt sehr schön, wenn jemand von der Politik einmal hier sein würde. Eben auf Augenhöhe. Aber das tun sie leider nicht. Ein ganz großes Thema nach wie vor natürlich auch die Hypo-Bank. Experten sprechen hier davon, dass die Bayerische Landesbank ja auch maßgeblich daran beteiligt ist, dass so eine hohe Schadenssumme entstanden ist. Das wird noch alles geprüft. Aber es sind sehr viele Dinge, die hier noch im Unklaren sind. Fündige Manager haben daran gut verdient. Letzten Endes bin ich nicht alleine mit der Meinung, wenn ich sage, da wird wieder der Steuerzahler dran glauben müssen. Ich komme zur Ukraine. Bundeskanzler Feimann hat nicht nur Wladimir Putin besucht, er hat auch Peter Boroschenka besucht, er hat auch mit der neuen Außenbeauftragten der EU gesprochen. Ja, und da gibt es etwas ganz Schönes zu berichten. Für die Ukraine wurde organisiert in Zusammenarbeit mit dem Sankt-Ana-Kinderspital in Wien. 120 Millionen Euro gehen nach Kiew für eine Kinderkrebsstation, für eine Modernisierung. Ich glaube, das ist etwas, das man mit Frieden verbinden kann, alles besser als Waffen zu schicken und diesen unseligen Krieg da oben zu unterstützen. Und diese Hilfe kommt aus Österreich und 200 Kinder aus der Ostukraine sollen ihre Winterferien hier in Österreich verbringen dürfen, um endlich wieder auch einmal etwas von Frieden zu spüren. Es ist wenig, aber es ist etwas anderes, als wie da oben, wo die Bomben und die Granaten fliegen. Ja, begleitet wurde der Bundeskanzler vom WK-Präsidenten Leitl, das muss man auch einmal hervorheben. Man darf natürlich sagen, wenn sich ein Politiker hervortut, im Positiven sind, Christoph Leitl ist einer der wenigen, die die Sanktionen gegen Russland abgelehnt haben. Das muss man auch einmal sagen. Das ist ein Wirtschaftskammerpräsident, der hat den Bundeskanzler begleitet in die Ukraine. Für Österreich. Es gibt noch jemanden, dem ich hier, ich will ihn nicht hinaufheben, aber ich will es erwähnen, Evald Novotny und sein deutscher Amtskollege waren gegen die Pläne von Mario Draghi. Was sind die Pläne von Mario Draghi? Er möchte Kreditpakete aufkaufen, um wieder die Kredite anzukurbeln. Das heißt, die Banken sollen wieder mehr Kredite vergeben. Ja, was sollen die Leute Kredite nehmen, wenn sie kein Geld haben? Vorwiegend sollen diese Kreditpakete aus dem Süden unseres Kontinents kommen, aus Italien, aus Portugal, aus Spanien, wo die Menschen ohnehin kein Geld haben. Ja, ich habe den Verdacht, dass das bei uns genauso passieren soll. In Österreich und in anderen Ländern. Und da muss ich sagen, Evald Novotny war mit seinem deutschen Amtskollegen so viel, dass er aufgestanden ist, weil alle anderen waren für die Pläne Draghi. Ja, wenn wir von Menschen sprechen, die vielleicht eine Erwähnung wirklich verdient haben, dann habe ich hier ein paar Namen aufgeschrieben. Und da zichiere ich, oder da spreche ich an, den Präsidenten aus Uruguay, José Muiza. Das ist ein Präsident, der 90% seines Einkommens der Charity zur Verfügung stellt, volltätigen Organisationen zur Verfügung stellt. Ja, der trägt keinen teuren Anzug und der lebt das wirklich. Also es ist möglich, auch aus der Politik heraus. Und er bewirkt sehr, sehr viel. Nicht weniger möchte ich erwähnen einen Mann, der auch schon für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, nämlich Evo Morales, Präsident aus Bolivien, der zusammen mit der Bevölkerung die Verfassung Boliviens zusammengestellt, in der zum Beispiel Trinkwasser ein Menschenrecht ist. Ich habe sie schon einmal vorgestellt, die Verfassung Boliviens. Wir können über das natürlich auch gerne nachher sprechen und diskutieren. Aber das ist auch ein Mann, den man sich zum Vorbild nehmen kann, wenn es um die Friedensbewegung geht auch. Ich möchte erstliche Grüße nach Deutschland schicken, zu Diane Bedak. Das ist eine Polizeibeamtin, die bei der letzten Mannwache in Chemnitz gesprochen hat und sich nicht scheut, den Friedensarmat zu tragen und das auch im Polizeidienst. Sie hat sehr offen gesprochen bei dieser Mannwache in Chemnitz. So viel für all jene, die die Polizei immer darstellen, wie wenn sie pauschal gegen alle Veränderungen wären. Nein, die sitzen im selben Boot wie wir. Ja, jeder kennt ihn, viele schätzen ihn, Dr. Tassilo Valentin. Wir kennen ihn aus der Kronenzeitung, obwohl ich sehr wenig Zeitung lese, ist einmal aufgefallen, weil er auch im Facebook ist. Das ist ein Rechtsanwalt, der sich auch mit der Ethik beschäftigt. Ja, und das, was er so schreibt und sagt, das ist gar nicht so falsch. Er erklärt nämlich die Dinge so, wie sie sind und auch leicht verständlich. Kann sich jeder ein Bild machen in der Sonntagskronen, um es immer zu finden. Wie der Dr. Tassilo Valentin. Ja, Frieda Nagel kennt mittlerweile, glaube ich, auch jeder, die Wut-Oma. Die Wut-Oma, ja. Und solche Menschen würde ich mir mehr auf der Straße wünschen, die auch einmal der Politik entgegentreten. Wenn schon die Politik nicht auf Augenhöhe kommt, dann kann ja jemand von unten einmal raufsteigen und die Meinung geigen, habe ich toll gefunden. Und die Wut-Oma, wie sie genannt wird, die hat dem Herrn Minister Mitterlehner ja wirklich einige Sachen ins Gesicht gesagt. Ich zitiere sie wörtlich, lasst uns doch nicht verrecken. Sie hat das mit dem wirklichen Nachdruck gesagt und das hat mir sehr imponiert, die Dame. Sie hat da wirklich auch sehr viele große Probleme angesprochen, wie die fehlgeleitete Steuer- und Finanzpolitik. Oder sie hat sich sehr eingesetzt auch für den kleinen Mittelbetrieb. Jetzt wird sie Kolumnistin der Kronenzeitung. Jetzt muss man das natürlich verfolgen. Sie hat natürlich dafür heftige Kritik gehertet. Ich möchte aber trotzdem sagen, sehr mutig, was sie da gemacht hat bei den Sommergesprächen. Ja, das sind alles Menschen. Einen habe ich noch. Marc Badalmai heißt der Mann, ist Journalist aus Deutschland. Ja, der war zwei Monate in Donetsk und laut eigenen Angaben ist er der einzige deutsche Journalist im Kriegsgebiet in der Ukraine. Und das muss man sich einmal trauen. Und der hat wirklich auch auf den Marken schon sehr deutliche Worte gefunden, was dort passiert. Nämlich genau das, dass man Putin als einzigen Schuldigen hinstellen möchte und verschleiern möchte, was die Kiewer Regierung macht, was die Armee in der Ukraine macht. Aber bitte, es soll sich jeder selber darüber ein Bild machen. Aber ich bin sehr mutig, dass es Menschen gibt, die in diese Christgebiete reisen, um uns zu sagen, was dort wirklich vor Ort abgeht. Das ist nicht so einfach. Ja, ich bin gleich soweit. Ich möchte euch noch ein paar Termine sagen. Und zwar am Samstag gibt es hier einen Informationstag über die Freihandelsabkommen DITIB, DISA und CETA. Das ist von 10 bis 14 Uhr organisiert von einer Bürgerinitiative, die hier sprechen wird, genau hier bei der Westsäule. Am 10. Oktober öffnet der Kostnix-Laden in der Spitalgasse wieder seine Pforten. Da gibt es ein Gratis-Buffet, das vom Verein Together zur Verfügung gestellt wird. Morgen gibt es im Volkshaus eine Lesung. Das nennt sich Buch 13. Und dort gibt es Volksliteratur zu hören. Und das Ganze beginnt um 19 Uhr. Und ebenfalls im Volkshaus, auch am 10. Oktober, Literatur an Kärntner Klänge, für all jene, die das interessiert, bitte zahlreich zu erscheinen. Ihr habt auch ein paar Infosachen dabei, kann sich jeder gerne holen. Ja, ich möchte andere Sprecher jetzt natürlich auflassen. Ich habe noch einiges vorbereitet, aber das kann ich das nächste Mal bringen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und im Sinne des Friedens. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Super. So. Für heute ist Schluss. Einen großen Applaus haben wir für alle, die hier geblieben sind und durchgehalten haben. Super. Jeder hat eine Platel heute gekriegt. Ich habe so draufgeschaut und habe mir gedacht, ein kleines Loch ist drin. Es ist nicht ganz perfekt. Und da sind wir einfach wir. Wir sind nicht ganz perfekt. Aber wir stehen da und gemeinsam sind ein Platelhaufen. Und bieten auch Schutz für einen Igel im Kerbst. Das muss man einfach immer symbolisch sehen. Gemeinsam schaffen wir was. Auch wenn wir, gar normal sind so wenige, aber wenn wir gemeinsam das gebündelt machen. Das ist auch Kraft. Bei einem Laserstahl gebündelt. Es gibt so eine Kraft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der schneidet sogar Stahl und alles Mägelhäfte. Ich habe vorher gemerkt, das hätten noch ein paar Größen und mir auch nochmal gedacht. Für die ist normal die Zeit schon abgelaufen, gestochen haben sie mich auch. Und dann ist mir das eingefallen. Für die, zum Beispiel Rockefeller, die wir gekehrt haben. Für die ist einfach die Zeit bald abgelaufen. Jetzt stehen sie noch fest zu. Aber das wissen wir einfach, dass sie abgelaufen ist. Und eines darf man da auch nicht vergessen. Auch wenn einer von der Rockefeller umdreht und mit uns mitkämpft. Und sagt, ich will das nehmen. Ich will einfach aus der ganzen Familie aus dem Wahnsinn aussehen. Und wir für Frieden einstehen. Da mögen wir auch mit offenen Herzen annehmen. Und mit ihnen gemeinsam das machen. So müssen wir auch sein. Von Herzen. Ja. 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 Wir treffen uns jetzt beim Augustin. Und danke nochmal für alle. Einen großen Applaus für die 21. Montagsharmonie. Einmal das Leben ist das. Super. Ja. Die 27 sind fix. Ja. Die 27 sind fix. Die 27 sind fix. Danke. Super. Danke. Danke.